In Teams korrigierte Aufgaben ansehen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich bin hier beim Allgemeinkanal und bei den Aufgaben... Hm, es hat keine Aufgaben mehr. Offenbar habe ich die bereits erledigt. Ich gehe zu erledigt und hier sehe ich auch nichts. Aber Achtung, hier steht Aktivität. Ich klicke hier mal drauf. Aha, hier steht, Birmin Lehner hat eine Aufgabe. Ja, was denn? Ich klicke mal drauf. Hm, passiert nichts. Aber der hat die Aufgabe zurückgegeben. Okay, woran merke ich das? Entweder steht hier ein Feedback. Danke für die Wunschliste. Oder, jetzt lohnt es sich mal in die Dateien hineinzuschauen. Ich gehe hier zu dieser Excel-Datei und schaue mir das wieder an. Aha, da ist irgendetwas gegangen. Der hat da irgendwelche Bemerkungen hineingeschrieben. Prima, ich schliesse das wieder, dann habe ich das ja gesehen. Ich könnte nun diese Datei nochmals bearbeiten und erneut abgeben. Das war's. Das war's. Das war's.